Was geht ab, mein lieben Freunde? Ich bin J6 und ich bin heute in Springfield, Ost-Berlin. Schaut euch mal bitte die ganzen Gebäude an, Alter. Was geht bei dir Jungs eigentlich, Alter? Hä, was geht ab? Geil, Digga, was geht ab? Freestyle geht weiter, Freestyle, Bautern auf, also komm jetzt endlich klar, Storks hat sein Lauf, nice guy dabei, sitzt daneben, Matten rein, ha, Luft ist weggeblieben, aber trotzdem high, sein aber nicht jeden Tag auf keinen, es sitzt jetzt hier mit uns. Alter, Hefti, was geht hier mit, Ost-Berlin, die Jungs sind besser als irgendwelche Rapper in Deutschland. Grüße euch, danke nochmal, coole Sache, dass ich hier sein durfte, einfach so aus Zufall.